Jungfrauen. Jungfrauen pflichtbewusst und auch ordnungsliebend, so werden sie immer dargestellt, es stimmt nicht nur. Also da geht es eigentlich um die seelische Ordnung bei Jungfrau und auch diese seelische Ordnung immer wieder zu gewinnen. Das gegenüberliegende Zeichen Fische hat Neptun momentan bis 2025 zu Besuch und immer wieder wird das, diese Ordnung, ob seelische Ordnung oder auch berufliche Ordnung oder Partnerschaftsordnung immer wieder so ein bisschen verwischt, als würde einen so eine Sehnsuchtswelle mit davon schwemmen. Auch da ein gutes Boot, Segel, Hissen und gucken, auch wenn man vom Ufer, von der sicheren Kaimauer ablegt, doch so ein bisschen im Plan haben, wo die nächste Insel ist, damit man nicht vollkommen lost geht.